ja perfekt ja letzte folge haben wir festgestellt dass dieser und hier ordentlich power drauf hat und mir beim kampf gegen die daleks sehr hilft wie man sieht wir werden die inversion ein für alle mal besiegen oder aufhalten kommt die tür auf am morgen seid ihr alle kommen sie mit wir besiegen noch also ist der schon dauernd ja schon da sind wir gerade bei dem hier ja wir haben heftig was drauf den leisern herr ihr blöden daleks ob der der wie einfach anfangen zu fliegen das ist doch nicht wahr damit so dem ist auch noch mal ich würde euch schon mal um den werden und die greifen den auch an die teil kommt schon ich kriege auch gott das war etwas knapp muss ich es muss ich gestehen okay ich möchte nur ein bisschen die arme einsam mit vielen dank schön dass sie mit sich das ist zu viel das sind viel zu viele auch gott hat die richtung heute richtung hochpark aufpark jetzt zu viele nein weg 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 dürfen jetzt nicht sterben wir generieren uns eine andere person wir wurden zu kalli youtube es ist so dumm es ist einfach dumm naja egal wir müssen weiter gegen diese scheiß invasion an kämpfen kommt schon nur noch neue eiscreme ist bald leer an den zweiten schon besiegt er den dritten ist immer noch dran alter ich hätte den aus aus böse da lex böse aus aus weg von mir weg von mir sie haben ihn sie haben den großen da okay wir haben drei von sechs wir haben drei von sechs leute wir können schaffen wir schaffen das wollte ich so groß immer noch und mir fehlt die versuche merke ich gerade die versuche die hat man schon ordentlich vor arbeit gemacht wir werden viele schüsse damit das ist ordentlich sie nur finden wo haben wir sie reingelegt wo ist die versuche dann sagt mich ich habe die gelöscht ich folgen kapsel gelöscht sorry so hat keiner gesehen meine wisse ernähren uns eh dem ende wir haben eh keine großen ziele mehr außer jetzt vielleicht die inversion noch zu besiegen und das mit allen mitteln ja door open go out Achtung ihr solltet da mal weg gehen boom ich will euch nämlich nicht töten oh in meinem total ist es jetzt auch am fliegen okay wie es scheint darf ich keine explosives zu nah bei dem benutzen okay wir haben wir haben fast alle hier in dieser gegend betötet alter so wie dalek junge ja ich gehe mal auf den dalek hier leute jetzt okay wir haben noch diese drei da sind alle sehr in der beit alter es ist der komplette dalek city hier weil alles auf den drauf das war dumm ich habe alles verballert da hätte ich drauf ballern müssen doch mann aber wir werden sehr hart getroffen da kommen als kalle haben wir neue kraft geschützt wir kriegen diesmal das sind nur die leute kommt ihr schafft das ich halte mit der schrumpf hier auch auch faktor gleich gleich wieder so weiter machen er hat ihn noch an bei latin noch an ich glaube ja ich habe ihn oh gott nein auf nicht schon wieder nicht schon wieder leute wir haben bald unsere generation auf gebraucht werden nur noch acht oh gott sind immer noch kalli okay nur noch zwei übrig ich weiß gut aber wurde gedamaged okay gut zu wissen ich habe gar keine doch fünf haben aber wir sind alle durchgegangen okay langsam vorrücken meine freunde hat noch jetzt auf auf ihr kriegt das hin ihr kriegt das hin da müssen wir noch ein bisschen mehr ammo einsammeln so ja ja da legt das nicht in ruhe da kann kein dings mehr ach du heilige alter kriegen wir jetzt hin diese inversion aufzuhalten ich sehe gute ich sehe da wohl also ganz gut dass das klappen wird oh fuck okay wir haben fast wir haben alle also ne wir haben noch einer fehlt noch problem ist wir haben noch oh fuck wir haben noch vier von denen ne 5 ne 5 1 2 3 4 5 6 ok 6 7 gut mit 7 den letzten den schaffen wir oder leute ein wir haben einen auch letzten so hinbekommen ohne die regenerations units wir sind zwar noch da ist aber erstmal kümmern wir uns noch um den da hinten da habe ich jetzt habe ich das habe ich das habe ich das sehe das hier das muss schon mal die 4 drauf zu ballern wir können nicht machen wir müssen jetzt übernehmen ok 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 alter ja 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 so ist zu mir leid für euch aber ich glaube ja wir haben nur zwei er kriegt... hast Adipose? wie kommen die denn hier hin? oh gott oh fuck oh fuck oh oh es sind rote hier wir haben keine nein nein wir haben die wir haben alle wir haben alle jetzt bleiben nur noch ein paar Dagex wir haben es geschafft wir haben ja noch nicht ganz wir müssen noch die letzten Dagex besiegen da haben wir die Invasion oh was oh nein ihr müsst da weg oh fuck wir haben noch sechs ne? ja ok aber wir haben es geschafft wir haben wir haben die Invasion besiegt mit Hilfe von ein paar Pfoten ja wobei hier ist noch ein Dagex komm wir machen wir mal eben hier so bumm alter ja die Anzüge die bleiben jetzt einfach hier nein nein da sind noch welche oder tatsache da ist noch einer und keine Adipose sind da auch wie süß ach der Planet ist wieder frei what the heck äh wie laufen wir denn merkwürdig auf jeden Fall das ist noch ein Cyberman und wir kümmern wir uns noch äh ist das ein Cyberman? reduziert was bist du bitte so wird es mir weh? ok ah ja perfekt da krieg ich diese Ringe her joa also was können wir jetzt noch machen was was ich vor hab was ich gerne machen würde ist ist ähm was auszutesten ich meine wir haben das Projekt jetzt durch ist also die letzte Folge und da es die letzte Folge ist gehen wir jetzt in kreativ und gucken uns noch mal so alles im groben nochmal an so was das kann ich noch wegwerfen im Bruchstermrohr nicht so wir machen jetzt einmal den hier der LFL pass mal auf wir können ja nicht nur Matt Smith sein Matt Smith also der Elfte jetzt bin nämlich jetzt 12. dr guten doch ja ähm das können wir Kali sein ist immer zufällig nach dem welchen Ort man ich auswähle frage ist was machen wir jetzt hier noch der erkunden noch ein bisschen und zwar gibt es ja jetzt noch neues essen oh egal Fisch Fischfinger und Custard ahja klingt lecker naja bringt jetzt keine Effekte auch lustig was haben wir denn hier noch so ähm Reispudding oh ich will mal wissen wie viel Schaden machst du du machst 8 ok grüner Clay temporale Map soll das denn sein kann ich mit der was machen die bodypainting was ist ein bodypainting jetzt gucken wir mal äh ok kann ich da ne leeres painting geil oh neues ne macht sehr viel sinn das haben wir denn hier noch so wir haben noch ein paar weitere anzüge anzüge gunvector rapid fire hier oh ey du alles klar cyborg hand alles klar ne taser kann der taser kann der taser hm nö ok äh ich möchte jetzt gerne mal wissen was dieser cybermart macht ähm bei der war halt noch nicht da oh was ist das denn hier okay die garten gegenseitig an wollen wir wissen saugt er mir das alles aus oder wie läuft das bei dir du bist du bist du bist du zu schnell das wasser kommst du nicht doch wo ist das ich habe mich selber getroffen ich folgung jetzt ob der redstone alles klar sie gesehen hat das bauch kein anzug mehr an kommen wir jetzt hier hoch am besten habe ich dich schon krass hat haben wir noch so schönes was wir könnten was ich mich gerade frage ob k9 zum ende werden wir alles wissen was wir haben ich meine so wir haben ja alles fertig mod ist abgeschlossen k9 gegen den da oh das wird jetzt interessant also wir machen hier mal auf der freien fläche an der wand hin stellen wir hier ein ich bin jetzt echt mal gespannt wie das gleich laufen wird und zwar dass ich die gegeneinander kämpfen das ist ich glaube die auch durch wände schießen können das wäre möglich wir haben drinnen drei ja ok drei haben wir hier drin Platz oh leute 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 jetzt brauchen wir schon mal eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn jaja redet man hier nicht so und machen wir hier noch eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht zehn elf das vier 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 m und im kein tee oben ja da seht ihr es die gerade mit laser heilige steise der laser geht immer hier auf ich regeneriere ich nicht sagen die mir so das leben aus oder was was ich auch als wenn aber das stelle ist jetzt nicht und sie haben ihn ich schräge mal wäre ein letztes mal in dieser folge und damit sage ich vielen dank fürs zuschauen macht es gut und tschau oder gewirdgamer